Können Sie konkreter werden, was die ökonomische Seite angeht? Und was bedeutet Management für Sie? Also was übernehmen Sie? Das Management bedeutet im Grunde alles. Das heißt, man kümmert sich um die Finanzen, man kümmert sich um die Spieler, die Spielerverträge. Ebenso um die Mannschaft, um das gesamte Team. Merchandising, also es ist eigentlich nichts davon unberührt. Aber zum Thema Finanzen, also erstmal gilt es das ein bisschen zu konsolidieren. Wir müssen sehen, dass wir die eigenen Schulden abbauen und können dann erst einen neuen Schritt machen. Können Sie uns gleich sagen, wie genau Sie diese ökonomische, also was Sie von Volk bezahlen müssen? Ich möchte mich ganz bewusst bedeckt halten, weil ich eigentlich in der Vergangenheit gar nicht herumwühlen möchte, sondern ich möchte mich auf die Zukunft konzentrieren. Ich habe diese negative Situation gekannt, übernommen und akzeptiert. Ich habe diese Situation in der Vergangenheit geöffnet. Ich möchte mich auf die Situation in der Vergangenheit geöffnet haben. Ich möchte die Situation in der Vergangenheit geöffnet haben. Ich habe die Situation in der Vergangenheit geöffnet und habe ich von hierher geöffnet. Und weil ich hierher möchte, über das Thema in der Vergangenheit, die Zukunft zu sprechen. Danke.